Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren jetzt kurz ein Superessen und von da aus gehen wir in den Indoor-Spielplatz mit Lina. Na Linoch? Da kannst du ein bisschen spielen. Na? Freust du dich? Lina, freust du dich? Ja? Lina ist ein bisschen müde. Hoffen wir mal, dass sie nicht einschließt. So, wir werden jetzt gleich hier eine Suppe genießen. Na? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wir haben so einen großen Parkplatz. Richtig schön. Ja! Lina? Was willst du haben? Hä? Was willst du haben? Willst du runter? Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was war das denn? Und, schmeckt's? Siehst du doch alles, ne? Na, Mama! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020